Herzlich willkommen auf unserer YouTube-Seite. Heute wollen wir die Alhambra in Granada besichtigen. Mich interessiert besonders, welche Auswirkungen die Rückeroberung katholischer Heere auf Andalusien gehabt hat. Die ursprünglich christliche Bevölkerung kam im 7. Jahrhundert unter die Herrschaft der Mauren. Ab dem 9. Jahrhundert drangen katholische Kämpfer im Norden Spaniens immer weiter vor und eroberten Gebiete für die Kirche zurück. Anders als die Mauren ließen sie kein Stein auf dem anderen. In Andalusien existierten Kalifate und christliche Königreiche parallel. Der Alhambra ist so ein Zeugnis. Vom Campingplatz Rena Isabel erreicht man die Alhambra am besten mit dem Bus. Das ist sehr praktisch. Wer Granada nicht gesehen hat, hat gar nichts gesehen, so lautet ein alter Spruch, wie wahr. Schon der Name bezaubert. Granada klingt nach arabischen Nächten, erinnert an den Duft von Mandel- und Orangenblüten und lässt von Märchen aus tausenden einer Nacht träumen. Hauptsehenswürdigkeit ist die Alhambra, die rote Burg. Inbegriff maurischer Baukunst, Höhepunkt und Endpunkt islamischer Kultur in Spanien. Der eigentliche Aufstieg Granadas begann 1238 mit der Gründung der Nasriden-Dynastie. Das 30.000 Quadratkilometer große und knapp 40.000 Einwohner zählende Königreich erlebte nun als Lehen der christlichen Herrscher eine knapp 260 Jahre während des Blütezeits. Die Handelsverbindungen übers Mittelmeer wurden weiter gepflegt. Die Zeiten ändert sich, als der katholischen Könige Ferdinand von Aragonien und Isabella von Kastilien die Vertreibung der Mauren zu ihrem obersten Ziel erklärt. Nach dem Fall Malagas 1487 stand Granada allein gegen die christlichen Heere, zusätzlich geschwächt durch lange Machtkämpfe innerhalb der Dynastie. Letzter maurischer Herrscher war Boabdil, der im Frieden von Santa Fe Granada an die katholischen Könige übergab. Am 2. Januar 1492 zogen sie in die Stadt ein und beendeten damit die letzte islamische Herrschaft Iberien. Die Alhambra wurde Sitz des neuen Königspaares. Im 16. Jahrhundert ließ Karl I. von Spanien die Enkel der katholischen Könige und spätere Karl V. einen Palastflügel abreißen, um sich ein Schloss zu bauen. Im 19. Jahrhundert wurde die einzigartige Anlage wieder entdeckt, umfassend restauriert und 1984 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Natürlich ist die Kirche der Heiligen Maria gewidmet und Symbol des Sieges der Christen über die islamischen Mauren, also ein Statussymbol. Blick über das weite Land Ab 1526 ließ sich Karl V. aus dem Alhambra-Plateau einen Palast bauen, der mit einer Sondersteuer, die den in Granada verbliebenen Mauern auferlegt wurde, finanzierte. Kleinere Teile der Alhambra mussten bedauerlicherweise weichen. Nach den Plänen Petro Machuccas entstand eines der bedeutendsten Werke der Renaissance-Baukunst außerhalb Italiens. Der offene kreisrunde Innenhof hat einen Durchmesser von rund 30 Meter und ist von einer doppelstöckigen Säulengalerie umgeben. Vom Palast aus haben wir einen wunderbaren Blick auf die Alcazaba mit ihren Befestigungsanlagen und Wehrtürmen. Der Palast der Nasriden ist ein Kernstück der Alhambra. Arkaden und Arabesken, Stalaktitenkuppeln, Hufeisenbögen, Schmuckbänder aus Keramik und Stuck. Blüten und Blätter verwenden sich an den Wänden mit Sternen, mit geometrischen Mustern, mit arabischen Schriftzügen, die Allah loben und preisen. Zapfengebilde scheinen aus den Gewölben zu tropfen. In den Wasserbecken spiegeln sich Türme und Bögen. Die Grenzen verschwimmen. Fast spielerisch erscheint einem die islamische Baukunde. Was ist Traum, was ist Wirklichkeit? Der Palastbezirk der Nasriden ist ein steingewordener Traum, das schönste Zeugnis islamischer Architektur auf europäischem Boden. Der Hof des ehemaligen Gerichtsgebäudes Der Myrtenhof ist der Mittelpunkt des Palastes. Mittelpunkt des Myrtenhofdes, das Patio de los Aranjes, ist ein rechteckiges Wasserbasin, das von Myrtenbüschen gesäumt wird. Hier beginnt der eigenstige Serail, der eigentliche Königepalast, der nach der christlichen Eroberung nicht verändert wurde. Im Norden ragt die 45 Meter hohe Torre de Komarech mit den Gemächern des Sultans empor. Im Erdgeschoss trafen sich die Botschafter. Da fanden auch die Audienzen statt. Dank seiner fantastischen Zeternholzkuppel und der Ornamentik aus über 150 verschiedenen floralen und geometrischen Mustern sowie Koranversen gehört der Raum zu den reichsten der Alhambra. Vor der Beginn der Audienz versammelten sich die Gesandten in der Sala de la Barca. Der Patio de los Aranjes Leones, der Löwenhof, Mittelpunkt des Harems, zeigt sie in ganz anderer Gestalt als der Myrtenhof. Namensgeber sind hierliche Löwenskulpturen um einen Brunnen in der Hofmitte. Fast schwerelos kommt der den Hof umlaufende Wald von 124 fragilen Marmorsäulen daher. Kein Teil des Gebäudes gibt uns eine vollkommenere Idee von der ursprünglichen Schönheit und Pracht als dieser, notierte Washington Irving. Und Jahrzehnte später durchlebte der dänische Dichter Hans Christian Andersen im Löwenhof einen Rausch der Bilder. Die Sala de las dos Hermanas, Saal der zwei Schwestern an der Nordseite des Löwenhofs, war zusammen mit den dahinterliegenden Räumen wahrscheinlich die Winterwohnung der Frauen. Der Saal bildete mit seinen Dekorationen einen weiteren künstlerischen Höhenpunkt der Alhambra. An der Ostseite des Löwenhofs liegt die langgestreckte Sala de los Reyes, Saal der Könige, auch Sala de la Justitia genannt. Hier finden sich, eine große Seltenheit, drei auf Leder gemalte und auf Holz aufgezogene höfische Szenen, denn der Islam verbietet normalerweise bildliche Darstellungen. Eine der Szenen zeigt eine Besprechung zwischen zehn prächtig gekleiteten Männern. Daher heißt der Raum Saal der Könige. Der Patio, also ein innerer Garten, der von außen nicht zugänglich ist. Der Patio, also ein innerer Garten, der von außen nicht zugänglich ist. Der Patio, also ein innerer Garten, der von außen nicht zugänglich ist. Der Patio, also ein innerer Garten, der von außen nicht zugänglich ist. Der Patio, also ein innerer Garten, der von außen nicht zugänglich ist.